Super und los geht's! Schaut euch diese Berge an, einfach nur sprachlos. Ach, herrlich! Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, gestern gab es keine Abendansage. Wir waren nach der gestrigen Tour ziemlich K.O. Deswegen gibt es jetzt eine Morgenansage bei wunderschönem Panorama. Und wo es heute hingeht, das erzählt uns Herr Tobias. Genau, wir sind in Klausen gestartet, werden dann bald Bozen passieren, die Landeshauptstadt der Provinz Bozen Südtirol. Und dann geht es weiter bis zur Sprachgrenze der Salona Klause. Genau, ab dann ist italienisch Pflicht, bis wir heute Abend dann Trient erreichen. Höhenmeter haben wir 300 Meter bergauf. Ja, es gibt auch bergauf immer wieder was. Und 600 Meter geht es runter. Insgesamt werden wir dann 100 Kilometer heute wieder auf dem Tacho haben. Boah, was für Zahlen. Okay, super und los geht's. Ja, das ist jetzt. Musik Ja, die Wege in diesem ersten Abschnitt waren wieder so, wie wir es aus Italien gewöhnt sind. Zwar ist es hier schmal, weil wir hier immerhin durchs Tal fahren, aber gut ausgebaut und weitestgehend kreuzungsfrei. Das haben die echt gut gelöst hier. Jetzt sind wir wieder offensichtlich auf dem Bahntrassenradweg. Dazu brauche ich nichts zu sagen, die sind einfach spitze. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020